hallo und herzlich willkommen zu unseren gameswelt news an diesem wunderbaren montag ich wünsche euch natürlich eine wunderbare woche und ich hab mal wieder vier nachrichten für euch unter anderem zu forza ryzen 4 da sind ein paar screenshots ins internet gelegt die etwas ganz besonderes zeigen ich sag nur halo dann gibt es jede menge infos von der quake con die war ja jetzt und da wurden einige infos zu unter anderem doom eternal bekannt dann wurde steve für die switch letztendlich doch jetzt eingestampft und dann gibt es noch neues zu path of exile da kommt nämlich eine frische erweiterung zu forza ryzen 4 sind jetzt ein paar screenshots ins internet geleakt und was sieht man auf diesen nun auf einem sieht man zum beispiel den warthog aus halo und nicht nur das man sieht im hintergrund eine ringwelt und dann auch noch so ein kampfraumschiff und das lässt die leute darauf schließen dass man vielleicht nicht nur den warthog steuern kann das konnte man auch schon alten forza ryzen spielen sondern dass es da vielleicht sogar ein ganzes event gibt was innerhalb des spiels dann stattfindet wo man dann eben diesen warthog steuert sieht auf jeden fall sehr spektakulär aus ist natürlich alles noch mit vorsicht zu genießen da werden uns noch ein bisschen gedulden müssen im oktober kommt dann forza ryzen 4 raus ich freue mich schon drauf die quake con die war jetzt und da gab es jede menge frisches material unter anderem dann endlich erste gameplayszenen zu doom eternal das wird tatsächlich auch auf der erde spielen und da hat man dann jede menge neuen fähigkeiten gesehen wie zum beispiel dass die shotgun die hat einen greifhaken dran mit dem man sich an gegner dann zum beispiel ran ziehen kann es wird aber auch einen invasions modus geben das funktioniert dann so dass man als spieler das spiel eines anderen spielers ja invasieren kann und zwar als dämon man kann sich auch mit anderen menschlichen spielern zusammentun und dann quasi als dämonen gruppe auf den du mga losgehen finde ich sehr sehr interessant außerdem wurde auch noch frisches gameplay zu rage 2 gezeigt mit jeder menge fahrzeuge und natürlich abgefahrener ego shooter action und jede menge fähigkeiten wie zum beispiel hier diesen boomerang die man werfen kann der kann dann sogar um ecken herumfliegen und gegner erledigen doom und rage 1 werden teil des game passes sein doom eternal soll dann auch für die switch kommen wann doom eternal jetzt rauskommt weiß man noch nicht allerdings rage 2 soll im ersten halbjahr 2019 erscheinen und zu fallout 76 gab es auch ein paar nachrichten unter anderem dass es nicht über steam erscheinen wird sondern nur über bethesda punkt net schon ziemlich abgefahren vor langer langer zeit da wurde das snowboard slash ski slash fallschirm slash flugsuitspiel steep auch für die nintendo switch angekündigt und lange zeit hat man darauf gewartet und lange zeit hat man nichts mehr davon gehört und jetzt so ganz so nebenbei hat dann hier der offizielle steep account über twitter verlautbaren lassen ja nee wir konzentrieren uns auf die version die draußen sind und wir werden das spiel nicht mehr für die switch rausbringen also das ding wurde eingestampft finde ich persönlich selber sehr schade aber ich habe mir schon gedacht wie wollen sie das schaffen weil das lief ja schon auf der normalen playstation 4 und xbox one nicht sonderlich flüssig beziehungsweise gab es da immer wieder probleme dann was immer always on ich glaube einfach die switch hat das nicht gepackt dieses spiel zum laufen zu bringen ausmeldet das sehr abgeändert hätte ich dennoch gerne gespielt in einer sehr abgeänderten version so wird das aber nichts kein step für die switch mehr path of exile gibt seit geraumer zeit für pc und xbox zum beispiel und da ist es so dass er jetzt bald ein neuer dlc beziehungsweise eine neue erweiterung kommen wird das ganze heißt 11 kommt am pc am 31 august für die xbox erst am dritten september da gibt es ein frisches video dazu delf ist im endeffekt nichts als ein endloser dungeon und umso tiefer man in diesen dungeon vordringt umso krasser wird das heißt umso stärker werden die gegner aber es gibt natürlich auch besseren loot und auch jede menge von dem mineral azurit dass man dann einsammeln kann mit dem man dann wiederum andere sachen besorgen kann schaut euch einfach mal den trailer an der ist um die vier minuten lang sieht wirklich ganz schick aus und ja mal schauen ob das gut wird ein endloser dungeon mal schauen wer am weitesten kommen wird das waren die nachrichten freudig bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch noch einen wunderbaren tag und einen guten start in die woche macht es gut und tschüss und